Groß-Country-Meisterschaft 2021 im Namen des Veranstaltes in dem Bike-Club Czajin-Statek mit dem Namen des ÖV. So, jetzt geht's los, los sind die Mamas und die Babas und die Veranstaltesrennen ist und die Veranstaltungen. Komm, Niki! Komm weiter, weiter, Niki, weiter, Niki! Komm, 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 schaffst du! Ja gut, super, aufsteigen und weitergeben. Emi Schering gewinnt hier vor den Jungs und natürlich auch bei den Mädchen. Erster und zweiter Platz geht an die Mädels hier bei uns. Emi Schering vor Sarah Urlacher bei den Kleinsten, bei den Fünf- und Sechsjährigen. Jetzt kommt der schnellste Junge hier rein, Jonathan Zotter. Mit der Startnummer 6, riesen Applaus für Jonathan. Und noch ein Stück weiter. Zu mir! So früh ist schon ein Siegerfoto gemacht. Rang Nr. 3 bei den Mädels, Olivia Kemp. Super! Vom Czajin-Statek. Spitze war es! Und dann haben wir die Nr. 5, den Lenin Stampler. Bernie aus dem Kastner,iones Lager und Heinz. 23, 25, 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 26, 25, 26, 26, 27, 27, 28, 27, 28, 28, 29, 28, 32, 29, 29, 29, 30, 30, 31, 29, 29, 30, 30. Und der Sieger heißt Jonathan Zotter. Auf Wiedergleich, man kann ein tolles Foto machen. Wir kommen zum Pokal, ihr heißt von der Annalena. So, ein paar tagte Musik von Werner. Die Papas lassen sich voll abfeiern. Bravo! Die Mädels gehen schon ohne Papa und Hammer hin. Die waren nicht nur schneller, sondern sind jetzt auch mutiger. Also gratuliere und wieder ein paar tagte Musik. Extra für euch. Ja, die haltet schon richtig in die Höhe. Das hat schon geübt als... Bravo! 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 Das war's.